Im Nordwesten Chinas ist es Tierschützern gelungen, wilde Schneeleoparden zu filmen. Überwachungskameras in einem Nationalpark dokumentieren das Verhalten der Tiere. So reibt sich dieser Schneeleopard an einem Felsen, um mit seinem Geruch sein Territorium zu markieren. Andere Aufnahmen zeigen, wie die Großkatze durchs Gelände streift. Grund für die vermehrte Aktivität der Schneeleoparden ist der wachsende Bestand an Blauschafen. Sie sind die Hauptbeute der Raubkatzen in der Region. Etwa 60 Prozent aller Schneeleoparden der Welt leben übrigens in China. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 inefficientlich bei einer Sonnenplassung, 2017 Reaktionabel